Die Schwerter von Thomas Lisowski Es liest Robert Frank Folge 3 Duell der Klingen Erstes Kapitel Der Thron war hart, wenn man zu lange darauf saß. Härter, als er erwartet hätte. Zwanzig Stufen trennten Tristan von der Versammlung um den Tisch unten im Saal, zwanzig Obsidianstufen, und auf jeder standen unzählige Kerzen und ließen nur einen Durchgang hinauf zum Thron frei. Die Kerzen flackerten und warfen ein unstetes Glühen auf den Boden. Während Tristan hineinstarrte, verstummte das Gemurmel am großen Tisch langsam. Da saßen sie, die hohe Priester, in ihren schwarzen Gewändern mit der aufgestickten grauen Mondsichel auf der Brust. Manche waren so alt wie das Triumvirat, manche jünger als er. Einer der Jüngeren betrachtete ihn mit stechendem Blick. Erst als sie verstummt waren, hob er an zu sprechen. Er fragt euch, warum ihr hier seid. Er stützte den Ellbogen auf die Armlehne des Throns, legte das Kinn in die Hand und ließ die Worte durch den Raum hallen. Der junge hohe Priester starrte ihn noch immer an, nicht abwartend wie die anderen, sondern seltsam lauernd. Wie ihr seht, hat eine Umverteilung der Macht stattgefunden. Das alte Triumvirat wurde aufgelöst und ersetzt durch ein neues Machtgefüge. Die Priester tuschelten wieder untereinander, auch der Junge. Tristan erhob die Stimme. Ich dulde keine Unterbrechungen! Das Gemurmel verstummte sofort. Dieses Neue, setzte er an. Aufgelöst wurde das Triumvirat, der junge Priester erhob sich. Dann gibt es jetzt keine Führer mehr. Die drei allein durften Entscheidungen und Urteile fällen. Tristan setzte sich aufrecht hin. Du sprichst, als wären die drei nicht mehr unter uns. Aber da irrst du dich. Er wies auf den Thron neben sich. In drei Glasbehältern schwammen die Köpfe des Triumvirats. Die Haare umgaben ihr Gesicht wie Algen und die Minen zeigten einen Ausdruck von Überraschung, Furcht und, bei Alvus, Gleichgültigkeit. Die Mischung aus Essig, Ölen und Kräutern würde ihre Gesichter noch lange Jahre erhalten. Der junge Priester schritt auf die Treppe zu. Und sie sprechen zu euch und verraten euch die ewigen Wahrheiten, ja? Tristan lächelte ihnen an. Nein, dazu brauche ich ihre Stimmen nicht. Der andere schüttelte den Kopf. Das alles ist unmöglich. So eine Nachfolge hat es noch nie gegeben. Es ist barbarisch. So barbarisch wie Menschenopfer? Tristan richtete seinen Blick auf die Opfergrube am Rand des Saals, ein schwarzes Loch mit nach unten gerichteten Dornen in den Wänden. Der junge Priester fasste sich an den Kragen, packte sein Gewand mit beiden Händen und zog. Das Kleidungsstück riss bis zum Bauchnabel auf, die Mondsichel darauf war jetzt gespalten. Ihr habt nichts von Aschus Lehren verstanden. Die Versammlung murmelte wieder aufgeregt. Tristan hob eine Hand und sofort schwiegen die Männer und Frauen. Wer wäre denn deiner Meinung nach ein besserer Nachfolger? Du? Jede dahergelaufene Bettler wäre ein besserer Nachfolger als ihr. Interessant, denn Alvus sah das anders. Er bildete mich ein Jahrzehnt lang in diesen Hallen aus, um mich ins Triumvirat aufnehmen zu können. Oh, ich kenne euch, sagte der Priester. Ja, er mag euch dazu ausgebildet haben, doch ihr habt eure Berufung in den Wind geschrieben und den Orden verlassen. Nennen wir es eine Pilgerreise. Der Priester trat zurück bis auf die unterste Stufe. Eine Pilgerreise, die euch von Aschus so weit entfernt hat, wie ein Mann von ihm nur entfernt sein kann. Tristan lehnte sich zurück. Sag mir, Priester, was willst du mit diesem Disput erreichen? Dass ich den dreifaltigen Thron freigebe? Da zuckte in seinem Augenwinkel ein Schemen direkt neben dem Thron. Die einzige Möglichkeit auszuweichen bestand darin, sich in den Thron sacken zu lassen, bis sein Kopf beinahe den Sitz berührte. Ein Luftzug strich über ihn hinweg, fuhr durch seine Haarspitzen und trennte sie ab. Es klirrte und Wasser spritzte. Er sprang auf, wirbelte herum, rief mit einem einzigen Gedanken die Mächte der Winde und Schatten in seinen Körper und schleuderte mit beiden Händen ein Kreuz aus Luftklingen los, genau auf den Schemen neben dem Thron. Der maskierte viel auf die Knie. Seine Gewandung riss auf und Blutschoss heraus, ehe er zur Seite kippte. Von vorn stürmte jetzt der Priester heran. Ich will nur, dass du stirbst, wie alle es hier wollen. Er hielt ein langes Messer in den Händen, aber Tristan benötigte nur eine einzige Geste. Das Messer zersprang, die Armbeuge des jungen Mannes riss auf, genau wie seine Brust. Einen Moment stand er ruhig da, torkelte dann hoch auf die nächste Stufe und fiel schließlich zur Seite, mitten in die Kerzen hinein. Es zischte, Qualm stieg unter dem Körper auf und mit ihm der Geruch nach verbranntem Stoff. Wache! rief Tristan. Innerhalb weniger Sekunden erschienen die Wächter in den schwarzen Roben mit den geschwärzten, gezackten Hellebarden und den schwarzen Tüchern von Mund und Nase. Sie waren auch diejenigen, die hier die Menschenopfer darbrachten und niemand sollte ihre Gesichter erkennen. Der Erste verneigte sich tief. Verzeiht, Herr, wir haben ihn nicht kommen sehen, er muss einen Geheimgang benutzt haben. Dann ist das euer erster Auftrag, nachdem ihr diesen Dreck beseitigt habt. Er setzte sich langsam wieder auf den Thron. Findet alle Geheimgänge, die in den Triumviratsaal führen, und zerstört sie. Die Schwarzwache zog die Leiche aus dem Kerzenmeer. Am großen Tisch schlugen Männer und Frauen die Hände vors Gesicht, andere wandten sich von den Toten ab, manche tuschelten wieder. Neben Tristan auf dem Boden lag ein Scherbenmeer, und in einer Essiglache lag der zerschnittene Kopf von Movo, dem Mann mit dem breiten Gesicht. Der Attentäter hatte mächtige Magie besessen, aber er war zu langsam gewesen. Er soll am Eingang zu den Katakomben hängen, wo jeder, der den unterirdischen Bezirk betritt, ihn sehen kann. Tristan deutete auf den Attentäter, und die Schwarzwachen nickten als Zeichen, dass sie den Befehl verstanden hatten. Es war, wie er vermutet hatte. Dass er sich hier keine Freunde machen würde, hatte er gewusst, aber dass sie ihm auf diese Art ans Leben wollten, es tat weh, dass sie ihn hassten, obwohl sie seine Gründe nicht kannten. Aber vielleicht hassten sie ihn genau deswegen, weil es einfacher war. Für einen Augenblick dachte er daran, es ihnen allen zu sagen. Ihr habt niemals geliebt. Wenn ihr nicht versteht, was ich hier tue, ihr seid die Ungeheuer, nicht ich. Dann nahm er sich zusammen und räusperte sich. Zurück zur Versammlung, sagte er, und seine Stimme füllte den ganzen Saal aus. Aus gegebenem Anlass werde ich mich etwas kürzer fassen. Die Schwarzwachen schleppten die Leichen fort, die Körper hinterließen rote Spuren auf dem Obsidianboden. Ich habe nur einen Wunsch, einen Auftrag für euch und für jeden Mann und jede Frau unter eurem Befehl, egal, was für Dienste sie verrichten. Sie sollen etwas für mich finden. Bibliothekare sollen in ihren endlosen Bücherhallen nach Informationen suchen, junge Priester sollen auf Pilgerfahrt gehen, hohe Priester ihre Vertrauten in den Städten des Reichs befragen. Einer am Tisch erhob sich. Aber Herr, was ist mit den täglichen Pflichten, den Ritualen, der Lektüre, der Schriften? Lesen kann jeder für sich allein in seiner Kammer, wenn es ihm bei der Suche hilft. Und derjenige, der erfolgreich ist, soll meinen Platz auf diesem Thron erhalten. Ein Raunen erfüllte den Raum und sogar die Schwarzwache wandte sich um. Aber es sind auch schon andere mit diesem Auftrag betraut. Also seid eifrig! Er erhob sich vom Thron und schlenderte durch die Blutspuren die Treppe hinab. »Was ich suche, ist eine Münze!« Zweites Kapitel Stimmen grölten durch die überfüllte Schenke, Bier platschte aus Humpen auf den Dielenboden und in einer Ecke kauerte jemand und spie sein Abendessen aus. Dante saß seinem Gegner in der Mitte der Schenke gegenüber. Die schwarzen und die weißen Figuren auf dem Hika-Brett waren einander zahlenmäßig ebenbürtig. Dicht an dicht standen sie, fast ineinander verkeilt. Speerträger, Bogenschützen, Ballisten, Kriegselefanten und auf der schwarzen Seite noch der Drache, der vier Felder belegte. Sein Gegner hatte Dante gezwungen, seinen eigenen Drachen schon früh zu opfern, aber er hatte vier Speerträger mit sich vom Feld genommen. »Es ist schwierig, beim Hika einen guten Gegner zu finden,« sagte er, die Hände auf dem Tisch gefaltet. »Die meisten scheitern schon an der Regel, dass der Drache fliegen kann und nicht der Elefant.« »Ich habe viel Zeit zum Spielen,« sagte der Mann. Die Binde um den Kopf verdeckte Augen- und Nasenpartie. Da Dante nicht wusste, auf welche Weise er das Augenlicht verloren hatte, war das Band vielleicht genau am richtigen Platz. Einmal hatte er einen Hauptmann gekannt, der seine von einer schartigen Klinge geschlagene, vernarbte Augenhöhle offen getragen hatte wie eine Trophäe. Er hatte nie wieder eine Frau gehabt, ohne sie bezahlen zu müssen. »Mein letzter guter Gegner war ein Kleinwüchsiger, der unter falschem Namen reiste,« sagte der Blinde. Dante legte die Hand auf einen Berittenen und setzte ihn bedächtig drei Felder nach vorn an den Piken des Fußvolks vorbei. Aber der Zwerg hatte zu diesem Zeitpunkt noch seinen Drachen. Er ließ seine Hand über den Figuren kreisen wie ein Magier. Dante lehnte sich zurück. »Der Drache ist wichtig, aber er entscheidet das Spiel nicht allein.« »Aber zum Schutz des Königs vor Meuchelmördern gibt es nichts Besseres als sein wachsames Auge.« Der Blinde setzte einen Assassinen in Stoßreichweite von Dantes König. Und da traf es ihn wie ein Blitz. Die Partie war verloren mit einem Schlag. »Dein König könnte ausweichen, aber meine Bogenschützen stehen bereit, und wenn du meinen Elefanten nicht aufhältst, rennt er deine Verteidigung ein und stürzt auch deinen König.« »Bei den Göttern,« sagte Dante. »Ja, es stimmte.« Er kippte seinen König und streckte dem Blinden die Hand entgegen. »Du spielst zu gut.« Er hatte seine eigene Offensive aufgebaut und sich in eine Strategie verliebt, die ihm einst ein Gaukler unter der Bezeichnung »Belagerung von Rübers« beigebracht hatte. Und während er zugesehen hatte, wie sich seine Schlinge um die schwarzen Figuren zusammenzog, hatte er dem gegnerischen Vorstoß nicht genügend Beachtung geschenkt. Der Blinde schüttelte seine Hand, ohne zu lächeln. »Ich hatte erwartet, dass du so spielst.« »Warum? Du kennst mich nicht.« Die Hand des anderen war weich und geschmeidig und er bemerkte, dass er kaum älter sein konnte als er selbst. Das war eigenartig. Im Rauch und schummrigen Licht der Schenke hatte er ihn zuerst für einen Greis gehalten. »Ich sehe die Spielsteine nicht, aber ich höre ihre Bewegungen und die verraten dich.« Dante erhob sich und wich einem torkelnden Betrunkenen aus. »Erzähl mir mehr, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Da drüben warten meine Freunde auf mich.« »Sicher.« »Gehab dich wohl, Dante.« »Ich räume auf.« Dante deutete einen Diener an und machte sich auf den Weg zur Theke. Das Silberhorn trug einen klangvollen Namen und tatsächlich hing an der Rückwand an einer Holztafel ein silbernes Horn. Es hieß, ein Sänger habe es einst hier gelassen als Dank für ausgezeichnete Gastfreundschaft. Aber davon geblieben war nur ein Treffpunkt für Saufkumpane und Schläger. Mel lehnte mit mürrischem Blick an der Theke und nippte an einem Weinkelch. »Hast du den Krüppel endlich geschlagen?« »Unser Spiel ist beendet, ja. Warum bist du so ungeduldig?« Sie legte einen Finger an die Lippen und sah an die Decke, als würde sie nachdenken. »Lass mich mal überlegen.« Sie schenkte ihm einen vernichtenden Blick. »Weil keine Minute vergeht, ohne dass ich einen neuen Verehrer kennenlerne?« »Sind sie zumindest einfallsreich, die Verehrer?« fragte er. »Jeder Zweite erwähnt meine Brüste im Zusammenhang mit den Worten prall und wohlgeformt, oder er will statt Worten gleich die Hände benutzen.« Bross verschränkte die Arme. »Denen muss ich dann immer einen anderen freien Platz in der Theke zeigen, mit meiner Faust.« Er nahm einen Schluck aus dem Humphil.